Willkommen, abonnieren Sie den Kanal, um die schnellsten Nachrichten des Tages zu erhalten. Jubel News bei Florian Silbereisen Erstmals äußert sich nun der Start zu seinem neuen Job als Juror bei DSDS. Bei Florian Silbereisen ist ordentlich was los. Wie Dieter Bohlen jetzt berichtet, wird Florian ab sofort als neues DSDS-Jury-Mitglied den Platz von Xavier Naidoo einnehmen. Nun meldet sich dazu auch erstmals Flori zu Wort. Florian Silbereisen wendet sich an seine Fans. Via Facebook postet Florian nun ein Video, in dem er sich zu seinem neuen Job äußert. Flori berichtet. Runde Klammer Punkt 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 Runde Klammer Ich muss sagen, ich freue mich sehr über diese neue Herausforderung. Dieter hat mit Modern Talking schon internationale Hits gefeiert, als ich noch ein ganz kleiner Junge war, da liefen diese Lieder bei uns zu Hause. Und dass ich jetzt mal mit ihm zusammenarbeiten darf, ist für mich wirklich etwas ganz ganz Besonderes. Dass so eine emotionale Botschaft von seinen treuen Fans nicht lange unentdeckt bleibt, ist kaum verwunderlich. Florians Fans sind aus dem Häuschen Wie unter dem Post von Florian deutlich wird, hat er mit seinen Worten bei seinen Fans voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren diese Wow, das ist mal ein Brett. Gratuliere, ich werde mir am Samstag selbst ein Bild davon machen. Ich mag dich wirklich sehr gerne und ein süßer bist du allemal. Mach das was dir Freude und Spaß macht. Alles Liebe vom spanischen Festland. So wie Hallo lieber Florian, ich finde es sehr klasse, dass du in der Jury sitzt, besser hätte es nicht kommen können. Mehr Fun-Begeisterung geht definitiv nicht. Vielen Dank fürs Zuschauen.